Wir haben eine komplett neue Bergwacht. Ah, ich glaube, das ist das verloren gegangene Tier, wenn ich mich nicht irsch- irre. Ähm, ich bin mir ja nicht sicher, aber... Ich würde eine Tierkontrolle anfordern, weil das Tier sieht mir nicht gerade ungefährlich aus. Ich wohnen anscheinend gerade Betrüger, die Gegend unsicher machen. Oh, die nächste hier rechts sollte... Und damit einen floschen guten Tag wünsche ich euch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSP-DFA. Nach einer langen Zeit gab es mal wieder eine lange Pause. Ich hatte irgendwie nicht so richtig Bock auf LSP-DFA. Aber jetzt habe ich mir wieder alles auf den neuesten Standgold. Jo! Äh, ist das gerade dienstlich oder privat? Egal, es geht weiter mit LSP-DFA und wir haben eine komplett neue Bergwacht auf dem Mount Chiliab bekommen. Diese sieht wie folgt aus. Wir haben dort oben auch noch einen Helikopter-Landeplatz. Und auch, wenn man hier länger sich aufhalten sollte, hat man eben hier auch noch ein bisschen Versorgung und auch noch etwas Unterhaltung. Hier haben wir zum Beispiel eine Küche. Noch was zum... Da haben wir schon mal unseren ersten Einsatz. Da müssen wir wohl die Tour auf später verschieben. Das Praktische ist ja auch, dass mein Polizeiwagen zum Glück auch ein Geländewagen ist und sich dafür auch perfekt für die Bergwacht eignet. Vielleicht wird es demnächst auf das Bergwacht-Folgen geben. Okay, äh, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Bitte helfen Sie mir, was denn passiert? Und wo sind Ihre Sachen? Ich muss jetzt mal so machen, sonst, ähm, ja. Ähm, sind Sie verletzt? Brauchen Sie irgendwelche Hilfe? Ich würde sagen, Sie steigen bei mir mal ins Auto ein. Weil den Taxi fahren müssen, war das jetzt auch nicht an Tuch. Also irgendjemand, äh, meinte hier witzig sein zu müssen und hat hier damit den BH geklaut. Und wahrscheinlich auch noch die ganzen anderen Kleidungsstücke. Ich werde die vor jetzt mal nach Hause... Oh, hoppala. Ich sag mal so, in der Fahrschule habe ich gelernt, immer schön draufhalten. Und da ich hier nichts gesehen habe, äh, war das kein beabsichtigter Unfall. Ich habe nicht mal gesehen, was ich überfahren habe. Also, hier müsste es links, äh, ja. Steigen Sie ruhig automatisch aus. Geil. Ich hätte auch anhalten können, sonst nicht. Zurück in der Bergwacht angekommen. Hier haben wir einen, äh, 3-Monitors-Setup. Falls wir hier etwas Wichtiges machen müssen. Ein Telefon, ein paar Unterlagen. Dann haben wir hier ein, ja, eine Glaswand, um die Gondel zu überwachen oder in die Ferne zu sehen. Um, ja, etwas zu beobachten, falls wir das brauchen. Hier haben wir was zum hinsetzen. Ein Glastisch, ein Esstisch. Also hier ist auf jeden Fall gut dekoriert. Und wenn man das hier mal länger aushalten müsste, sollte, dann ist man hier auf jeden Fall gut verpflegt. Genauso wie mit, äh, Medikamenten. Und das sieht hier irgendwie aus wie ein Drogenlager. Aber das ist alles für einen guten Zweck. Hier haben wir noch Schimpagner. Ob der hier genau sein sollte. Da bin ich mir nicht sicher. Und noch eine, äh, ja, eine Kühlbox, wo wir einen schönen Kühlschrank haben. Okay. Wir haben direkt den nächsten Einsatz. Und zwar ist ein Tier abhandengekommen. Welches? Das weiß ich jetzt jedoch noch nicht. Auf dem Bauernhof. Na, warum tut mich das jetzt nicht sehr überraschen? Okay, ich denke mal, wir können... Äh, ja. Gutes Navi hat uns sehr super hier durchgeführt. Wir müssen mal hier lang. Genau, erstmal aufs Feld. Ah, ich glaube, das ist das verlorengegangene Tier, wenn ich mich nicht irsch... irre. Ähm. Ich bin mir ja nicht sicher, aber... Ich würde eine Tierkontrolle anfordern. Weil das Tier sieht mir nicht gerade ungefährlich aus. Ich gehe mal hier in Deckung. Das sieht mir hier ehrlich gesagt nicht gerade... ...nach einem ungefährlichen Tier aus. Ich gehe mal aus dem Weg. Okay, vielen Dank. Der hat die Situation unter Kontrolle gebracht. Wie... Moment mal. Es muss ja jemand das Tier vermisst gemeldet haben. Ich würde gerne den Anrufer... Jo, kein Problem. Ähm, den Anrufer erfahren. Wer vermisst denn hier Puma oder was das ist? Ich habe keine Ahnung, wer sein Puma hier vermisst. Aber okay. Das hätte sich dann auch erklärt. Hoppala. Ich glaube, auf den Schien sollte ich mich doch nicht... ...auch wenn ich doch so schön blinke... ...aufhalten. Wir haben... ...von einem aufmerksamen Nachbarn etwas gemeldet bekommen. Und zwar tun anscheinend gerade Betrüger, die Gegend unsicher machen. Und da müssen wir auf jeden Fall sehr schnell hin. Ich mache mal... ...mein blaues Licht aus. Damit ich die Herren nicht verschrecke. Oder die Damen. Wie auch immer. So, das... ...eine Licht kann ich anlassen. Das sieht man von vorne nicht. Und die nächste hier rechts sollte... ...was zu sehen sein. Okay, da vorne sind da, glaube ich, welche. Ruf mal Verstärkung. Das sind bestimmt solche Leute, die von Tür zu Tür gehen... ...und einem was andrehen wollen. Okay. Verstärkung ist da. Ne, das ist nicht die Verstärkung. Ähm, da ist die Verstärkung. Okay. Schönen guten Abend, die Herren. Sie wurden uns gemeldet. Da fragen wir, was sie hier tun. Wir tun, äh... ...nur unseren Job. Nichts Illegales. Okay. Können Sie sich denn bitte identifizieren? Okay, das ist also ihr Auto. Dann öffnen Sie das Ganze bitte einmal. Ähm... ...all ist in Ordnung. Moment mal. Ich würde sagen... ...wir tun das Ganze mal. Checken. 45 ...YCE 691. Auf einen... ...okay. ...Registration ist auf jeden Fall abgelaufen. Bei einem Passauto stelle ich mir das... ...nicht gerade gut vor. Allein Polaski. Das... ...und keine Insurance. Okay. Keine Versicherung. Gut, dann würde ich gerne mal einen Personencheck... ...haben. Über den Herrn... ...Lewis. Der ist soweit sicher. Und was ist mit dem Herrn? Das ist auch nicht der Polaski. Tja. Beide noch nicht vorgestraft. Überhaupt nichts. Aber das ist mir hier... ...sehr merkwürdig, dass... ...ääh... ...oppla, bin ich glaube ich gerade... ...auf den falschen Knopf bekommen. Ambulanz. Ähm. Das war jetzt... ...nicht die beste Option. Wir versuchen es am besten nochmal mit ihm. Und zwar... Oh, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Alkoholtest. Ähm. Gut, das tut mir jetzt leid für den Herrn. Da hatte ich mich kurz nicht unter Kontrolle. Aber ich glaube... ...nicht... Okay. Ähm. Ja, ich habe keine Panik. Alles gut. Kümmern Sie sich lieber um den Herrn. Ich würde sagen... ...ich nehme Sie jetzt erstmal mit auf die Wache. Denn... ...sehr... ...seriös... ... erscheinen Sie mir nicht gerade. Und dass Ihr Fahrzeug hier... ...keine Versicherung hat... ...und... ...nicht mal mehr registriert ist. Oh. Haben Sie es nicht mehr geschafft? Na gut. Das ist jetzt ein äh... ...tragisches Ende für den Herrn. Aber mit meiner ersten Hilfe brauche ich es da auch, denke ich mal, erst gar nicht probieren. Wir rufen direkt einmal das Kriminallabor. Ich habe hier noch eine... ...zweites Menü. Und Stop the Pad. Auf dem Sam Hotkey. Das muss ich dringend mal ändern. Und... ...warum liegt der Herr jetzt unter dem Auto? Okay, wir sind halt die Rettungssanitäter. So, das Auto lassen wir dann mal abschleppen, dem Pony. Und den Herrn können wir eigentlich zur Dienststelle bringen. Weil der... ...braucht sich hier auch nicht mehr recht zu fertigen. Ich glaube, das reicht uns schon ganz gut, was wir hier so mitbekommen haben. Also... ...bei mir klingelt nicht die Post und will mir irgendwas andrehen. Das war es jetzt auch schon mit der Folge. Da ich aktuell noch nicht so gutes Internet habe, kann ich jetzt noch keine längeren Folgen hochladen. Weil sie ansonsten rechtzeitig online kommen würden. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. In Zukunft gibt es auch wieder den Fall wieder mehr GTA 5 LS PDF-A. Und wahrscheinlich auch mehr Folgen von der Bergwacht, die jetzt ja neu wir erhalten haben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.